Die natürliche Umgebung eines Umweltministers. Mitten im Grünen diskutiert Franz Untersteller über Biodiversität, naturnahe Gartengestaltung und die positiven Auswirkungen einer grünen Stadt. Dafür hat er gestern eine Gärtnerei in Stuttgart besucht. Zahlreiche Landtagsabgeordnete informieren sich derzeit im Rahmen des Programms Garten- und Landschaftsbau trifft Politik über Betriebe in ihren Wahlkreisen.